Na komm, schnabel auf. Komm, schnabel auf. Der hat den schnabel aufgemacht, der hat es ein bisschen runtergekriegt. Dass du eigentlich drauf gestippt hast. Na komm. Jetzt haben wir es. Und schüttert die gleichen. Und jetzt an der Sperranmogel auf. Und alle bitte zwei. Okay. Es war gestusten. Guck mal. Jetzt gibt es sogar Schlatt, oder? Ja, jetzt haben sie es raus. Zumindest die zwei. Ja, die zwei. Jetzt kommt einer von unten. Der hat jetzt wieder was gekriegt. Leichter als Muckenfang, oder? Ja, das reiche. Guck mal, jetzt kommt der, der Fische jetzt. Ja. Guck mal, guck näher. Oh. Herrlich. Das ist Abendbrot. Ich weiß nicht, ob der Anna jetzt den anderen nicht wieder rauszieht. Mhm. Jetzt kommt der Anna unten raus. Auch? Ja. Ja. Ja, da, ja. 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 Ja.